Okay, jetzt geht es auch los mit der Aufzeichnung. Sehr gut. Ich würde gleich einsteigen, Richard, mit den Abraham-Abkommen. Die wurden im September 2020 unterzeichnet, wurden ja medial extrem stark thematisiert. Die Abkommen wurden zwischen Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Marokko und Sudan später noch, also als separate Abkommen, unterzeichnet. Und ich würde dich gerne bitten, damit alle mitkommen in der weiteren Diskussion, dass du kurz skizzierst, um was für Abkommen sich eigentlich handelt, wie sie zustande gekommen sind und auch wie sie einzuordnen sind vor dem Hintergrund einerseits der jahrzehntelangen Feindschaft gegenüber Israel von arabischen Staaten, aber auch vor dem Hintergrund von zukünftigen Herausforderungen in der Region, sicherheitspolitische Herausforderungen oder auch den Klimawandel, um jetzt nochmal separat zu nehmen. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und Hermann Kuhn hat vorhin gesagt, du stellst die Fragen, ich gebe die Antworten. Mal schauen, ob ich die Antworten geben kann. Ja, also ich versuche ein bisschen auszuholen, wenn ich zu weitschweifig werde, musst du mich bremsen. Man muss zwei Voraussetzungen oder ein bisschen was zur Vorgeschichte des Abraham-Abkommens wissen, um zu verstehen, warum die überhaupt zustande kommen konnten. Es gab vor allem im linksliberalen Milieu, überall auf der Welt, auch in den USA, bei den Demokraten, die tiefe Überzeugung, dass alle Probleme im Nahen Osten erst gelöst werden können, wenn der palästinensisch-israelische Konflikt gelöst werden kann. 2014 hat John Kerry, der damalige Außenminister von Barack Obama, nochmal versucht, Frieden zu stiften zwischen Israelis und Palästinensern, hat bei Beginn seiner Shuttle-Diplomatie groß verkündet, in neun Monaten haben wir Frieden. Das sind immer so die Momente, wo Israelis und Palästinenser, also vor allem Journalisten, immer gemeinsam sehr herzlich lachen, wenn dann irgendwelche solchen Ankündigungen gemacht werden, in neun Monaten herrscht Frieden. Da ist man sich dann immer sehr einig, dass das mit Sicherheit nicht der Fall ist, so war es auch diesmal. Und John Kerry hat gegen Ende der Ära von Barack Obama tatsächlich auch nochmal gesagt, der Kern und das Hauptproblem all der Probleme im Nahen Osten sei der palästinensisch-israelische Konflikt. Das war zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur noch absurd, weil wir längst sehen konnten, dass sowohl im syrischen Bürgerkrieg, wie auch in der Auseinandersetzung mit den Muslimbrüdern in Ägypten, wie auch in den Auseinandersetzungen und kriegerischen Kämpfen im Irak und so weiter und so weiter, die Probleme ganz andere waren, die überhaupt nichts mit Israel und schon gar nichts mit den Palästinensern zu tun hatten. Also das war eine Vorstellung, eine Ideologie, eine Überzeugung, die, das muss man ihm lassen, Benjamin Netanyahu schon vor ungefähr 30 Jahren konterkariert hatte und gesagt hat, das ist alles Quatsch. Man kann Frieden mit den Arabern machen, ohne dass man eine Lösung mit den Palästinensern gefunden hat. Dafür wurde er jahrzehntelang ausgelacht und es zeigte sich, es sollte sich bewahrheiten, dass dem wirklich so ist. Das gesagt habend muss man verstehen, dass die Politik von Barack Obama, die gescheiterte Nahostpolitik von Barack Obama und das JCPOA-Abkommen, das Abkommen, das Nuklearabkommen mit dem Iran dazu geführt hat, dass Obama die Machtstrukturen im Nahen Osten massiv verändert hat. Um es banal zu sagen, weg von der sunnitischen Welt hin zur schiitischen, sprich zum Iran, weg von den eigentlichen Verbündeten Amerikas, Saudi-Arabien, Ägypten, Israel und andere, hin zu einem sehr unsicheren Kantonisten in Teheran. Und die Situation, die sich daraus ergab, das Erschrecken im Nahen Osten, das sich daraus ergab, war, dass man nicht nur in Jerusalem sich dachte, um Gottes Willen, um Gottes Willen, dieses Abkommen hat so viele Löcher und so viele Probleme, dass das für uns eine existenzielle Bedrohung wird, sondern das sahen die Golfstaaten, das sah Saudi-Arabien und viele andere auch so. Und wie das im Nahen Osten immer so ist, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Man rückte ganz schnell nah aneinander, weil parallel man ja auch schon seit Jahren beobachten konnte, wie die Amerikaner sich mehr und mehr aus dem Nahen Osten zurückzuziehen begonnen hatten. Und unter Barack Obama setzte sich das fort. Was man heute gerne vergisst, ist, dass Obama eine wesentliche Verantwortung für die Katastrophe in Syrien trägt, mit seiner Haltung 2013, da nicht einzugreifen, als Assad Massenvernichtungswaffen eingesetzt hat. Da hat er selber ja so eine genannte rote Linie, eine Red Line formuliert. Wenn das der Fall wäre, dann würden die USA in den Krieg eingreifen. Dann war das soweit und dann hat er im letzten Moment sich zurückgezogen, das nicht gemacht. Es gab später auch noch Truppenabzug aus Syrien. Man mischte sich immer weniger ein und überließ damit nicht nur dieses Land, sich selbst und dem Chaos, sondern man hinterließ ein Vakuum, in das natürlich Putin sehr, sehr schnell, sehr schlau, sehr geschickt hineindrank. Und seit 2015 hat Israel im Norden seines Landes einen Nachbarn, der heißt Russland. Die russische Armee sitzt ungefähr, naja, würde sagen, 400 Kilometer von meiner Wohnung hier in Tel Aviv entfernt. Dieses JCPOA-Abkommen führte einfach dazu, dass die Golfstaaten, die sich sehr bedroht fühlten von dem Iran und immer noch fühlen, und auch Saudi-Arabien sich Israel annähernd. Man hatte ja schon längst Kontakte, geheime Kontakte, inoffizielle Kontakte. Man arbeitete politisch zusammen, man arbeitete auch geheimdienstlich zusammen. Was man in den Jahren vor diesem Abraham-Abkommen sehen konnte, war, dass die Zusammenarbeit immer weniger verheimlicht wurde und kaschiert wurde. Eines der interessantesten Beispiele war eine Veranstaltung im Council of Foreign Relations in New York, wo auf dem Podium ein saudischer und ein israelischer Diplomat war, die sich in aller Öffentlichkeit die Hand geschüttelt haben und sehr herzlich miteinander geredet haben. Ich habe Ähnliches auch gesehen in mehreren Jahren vor dem Abraham-Abkommen auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo Israelis und Saudis beispielsweise völlig ungeniert auch vor der Presse miteinander sich da unterhalten haben. Also da konnte man sehen, dass da das Eis allmählich gebrochen war. Das Ergebnis eben dieses Abkommens, dieses Nuklearabkommens mit dem Iran, das zwei wesentliche Faktoren, die für die Bedrohung im Nahen Osten und für die Bedrohung all dieser Staaten, die jetzt da zusammenarbeiten, bedeutend war, war, dass das Nuklearabkommen komplett außen vor ließ, die Entwicklung des Raketensystems der Iraner und dass man eingefrorene Konten freigegeben hatte, womit Teheran seine sogenannten Proxys, ob es die Hezbollah im Norden Israels war oder Hamas und den islamischen Dschihad im Süden, in Gaza oder in Jemen oder sonst irgendwo. Auch im Irak gibt es eine ganze Reihe von schiitischen Milizen, die den Leuten dort das Leben schwer machen. Mittlerweile wird versucht, der Iran seit einigen Jahren auch in Syrien neue schiitische Milizen neben der Hezbollah aufzubauen. Und da flossen dann die Gelder und diese Gelder gingen dann nicht in die Armut der Bevölkerung in Iran, sondern die gingen dorthin und bedrohte auch die innere Stabilität der arabischen Länder. Und da sahen sich natürlich vor allem die Golfstaaten und auch Saudi-Arabien da massiv bedroht. Also man begann eigentlich miteinander zusammenzuarbeiten. Und angesichts der sich verändernden geopolitischen Situation, also sprich der Iran wird bedeutungsvoller und mächtiger, begann den sogenannten schiitischen Halbmond zu bauen. Es gab also, es gibt so zwei Zangenbewegungen, die man schiitischen Halbmond nennt. Das eine ist von Teheran über Irak, Syrien bis nach Libanon mit der Hezbollah. Und das andere ist von Teheran hinüber, über den Sudan bis hin nach Gaza. Also zwei solche sogenannte Halbmonde, um einerseits Israel in die Zange zu nehmen, andererseits natürlich auch das Einflussgebiet in der sunnitischen Welt immer weiter auszubauen. Und angesichts dieser Bedrohung, dieser geopolitischen Veränderung, angesichts der Tatsache, dass die Amerikaner sich zunehmend aus dem Nahen Osten zurückgezogen haben und vor allem, weil die Amerikaner auch unter Barack Obama einen politisch gigantischen Fehler sich leisteten, der einige Jahre zuvor geschehen war, veränderte sich quasi das Klima gegen die Palästinenser. Da komme ich gleich darauf zurück. Der große Fehler war, dass die USA unter Obama, als die Demonstrationen am Tahrirplatz in Kairo begannen, ihren wichtigsten, strategisch wichtigsten Verbündeten neben Israel, nämlich Hosni Mubarak, den ägyptischen Präsidenten, innerhalb von Sekunden fallen ließen. Und auch die dann, als es zugegeben freie Wahlen in Ägypten gegeben hat, den neuen Präsidenten, den Muslimbruder Mursi, sofort herzlich sozusagen begrüßt und umarmt haben, weil Obama tatsächlich den uralten Fehler machte, den viele machen, dass sie glauben, wenn jemand demokratisch gewählt ist, dann ist das auch alles schön und gut. Demzufolge wäre es auch schön und gut gewesen, dass Adolf Hitler gewählt wurde, weil er wurde ja demokratisch gewählt. Also diese Fehlhaltung oder Fehleinstellung zu glauben, Demokratie ist, allein wenn jemand demokratisch gewählt ist, ist wirklich ein Fehler, den wir in der Geschichte immer und immer wieder sehen. Obama hat sich darauf eingelassen und als er Mubarak, als er gestürzt wurde, wirklich innerhalb von Sekunden hat fallen lassen, das wurde sehr genau wahrgenommen, vor allem nicht in Israel, aber da gibt es freie Wahlen, da kümmert man sich nicht darum, aber das wurde vor allem wahrgenommen in Riyadh, das wurde wahrgenommen in anderen Ländern, die mit den Amerikanern eng zusammenarbeiten und da fragte man sich nicht ganz zu Unrecht, wie sehr können wir uns eigentlich noch auf die Amerikaner als Alliierte verlassen. Aus diesem Blickwinkel heraus begann man sich immer mehr für die Israelis zu interessieren, auch öffentlich zu interessieren, weil man einerseits wusste, das ist hier die stärkste Armee, die allein ist in der Lage, tatsächlich vielleicht uns zu helfen, gemeinsam trotzdem gegen die Bedrohung des Iran vorzugehen, das war das eine. Das andere war aber auch, dass man den Weg über Jerusalem nach Washington suchte und das war auch mehrfach der Fall, das war noch unter Netanyahu beispielsweise auch der Fall, als die Saudis den Journalisten Jamal Khashoggi in ihrem Konsulat in Istanbul ermordeten und dann eben plötzlich der Kontakt da mit den Saudis immer schlechter wurde und Biden danach ja eigentlich den Kontakt fast komplett abbrechen wollte, da sind die Israelis immer wieder vorstellig geworden und gesagt, ja, ja, das war alles ganz furchtbar, aber schiebt mal dieses Problem beiseite, weil wir brauchen die Saudis und die Saudis geht gar nichts. In dieser ganzen Gemengenlage, mit dieser wachsenden Bedrohung durch den Iran für die Stabilität der arabischen Staaten, für die Sicherheit Israels, wurde für die arabischen Staaten das sogenannte Palästinenser-Problem immer vernachlässigbarer. Dazu muss man natürlich wissen, dass in der ganzen Vorgeschichte die Palästinenser ja immer Spielball arabischer Politik waren. Das heißt, dass die wahre Interessen und dass man wirklich sich besonders für die Palästinenser einsetzte, die waren ja nie wirklich gegeben. Das konnte man alleine an dem Umgang mit Palästinensern in ihren eigenen Ländern sehen. Aber das konnte man beispielsweise auch nach den schlimmen Kriegen in Gaza sehen, wo die arabische Liga immer versprochen hat, die und die Summe X den Palästinensern zu überweisen. Und dann kam, wenn überhaupt, nur ein Bruchteil dieses Geldes an. Und man ließ sich auf nicht viel ein. Und man hatte auch erlebt, dass noch etwa ein Jahr, ich glaube, das ist etwa ein Jahr vor dem Abkommen, vor dem Abraham-Abkommen, also ich glaube, das war noch 2019, Palästinenser-Präsident Dabas bei Mohammed bin Salman in Riyadh war. Und der ihn wirklich öffentlich sozusagen verbal geohrfeigt hat und gesagt hat, jetzt nimm endlich mal an, was die da angeboten haben und mach das mal. Und zick hier nicht mehr so rum. Wir brauchen jetzt hier Frieden, wir haben ein anderes Problem. Also da merkte man schon auch, dass man die Geduld mit den Palästinensern verlor. Vor allem auch, weil die Palästinenser sich selber, Stichwort BDS, ja ursprünglich eine palästinensische Erfindung, sich selber so ein bisschen ins eigene Knie geschossen hatten, weil sie jegliche Kooperation mit den Israelis ja verweigerten und den Teilen immer noch verweigern und somit überhaupt nichts Konstruktives mehr entstehen konnte, außer Maximalforderungen. Und die wurden natürlich von israelischer Seite nie erhört. Und dann kommt ein amerikanischer Präsident, den wir, ich glaube, das kann ich hier für alle sagen, sicher nicht besonders toll fanden alle miteinander. Und im Gegenteil. Und wir uns wahrscheinlich auch im Moment sehr freuen dürfen, dass angesichts der Ukraine-Krise dieser Präsident gerade nichts zu sagen hat. Was in zwei Jahren ist, werden wir sehen. Er hat aber etwas gemacht, was ganz interessant war und was vielleicht auch gerade aus der Tatsache heraus, dass er kein besonders schlauer Politiker ist, überhaupt nur möglich war, dass er nämlich sehr naiv gemeint hat, er macht jetzt hier irgendwie so einen Geschäftsdeal. Und hat die Staaten, die heute in diesem Abraham-Abkommen dabei sind, geködert mit Versprechungen, wirtschaftlichen und politischen Versprechungen, um eine neue Situation herzustellen. Also, den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde versprochen, dass sie F-35-Bombers, die sogenannten Stealth-Bomber, kaufen können. Dem Sudan wurde versprochen, dass man sie von der Liste der Länder herunternimmt, die Terror finanzieren. Marokko wurde, gegenüber wurde anerkannt, dass Marokko sozusagen das Sagen in der Westsahara hat. Und bei Bahrain gab man gewisse Garantien, was die Bedrohung durch den Iran betraf. Und der Versuch da war, man versucht, eine Zusammenarbeit herzustellen auf einer wirtschaftlichen Ebene. Man nennt das gar nicht Friedensvertrag oder sonst irgendwas, sondern man geht auf dieses Prinzip, wir haben jetzt in den letzten Wochen sehr viel darüber gehört, dass das ja im Prinzip gescheitert ist, sozusagen Wandel durch Handel. Diese ganzen Staaten sind darauf eingestiegen und innerhalb des Abraham-Abkommens sind die Beziehungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain am allerwichtigsten, vor allem wirtschaftlich, aber auch strategisch. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Jetzt mache ich mal wieder einen Punkt. Perfekt, vielen Dank für die kurze, lange Antwort sozusagen. Kurze, lange Antwort, ja. Vielleicht könntest du ganz kurz noch mal skizzieren, was denn ganz konkret die Inhalte dieser Abkommen sind, weil sich auch die Frage stellt, wie sich diese Abkommen beispielsweise auf die israelische Bevölkerung auswirken. Also was zum Beispiel haben die für Vorteile? Es war immer wieder zu lesen, dass jetzt irgendwelche Flüge zum Beispiel in die Emirate fliegen und so weiter. Kannst du da noch mal einen Einblick geben, auch ob sich diese Abkommen zum Teil auch untereinander unterscheiden? Oder kann man sagen, das ist eigentlich alles ein Topf sozusagen? Es ist von der Idee her ein Topf. Das Tempo bewegt sich unterschiedlich, vor allem mit dem Sudan, weil das Sudan ja innenpolitisch ja auch noch sehr instabil ist und man noch nicht genau weiß, wie das weitergeht. Mit Marokko beispielsweise gab es immer schon sehr enge, extrem herzliche Kontakte, obwohl man keine diplomatischen Beziehungen hatte. Es gab auch gemeinsame Geheimdienstopperationen. Das ist ja alles bekannt. Man hatte auch mit den Emiraten schon längst Kontakt, Bahrain etwas weniger früher. Aber prinzipiell ging es erst einmal um eine Form von wirtschaftlicher Zusammenarbeit, wirtschaftlicher Kooperation. Und da sind die Emirate der interessanteste Partner, weil nach Saudi-Arabien das arabische Land mit dem zweitgrößten Wirtschaftsaufkommen, vor allem über Öl, Bahrain hat Öl und Gas und auch einem technischen Powerhouse, was für Israel und für die Emirate natürlich von enormem Vorteil ist. Beispielsweise die Emirate haben ein sehr erfolgreiches Weltall, also Weltraumprogramm. Sie haben, außer den USA sind nur noch die Emirate zum Mars geflogen, tatsächlich. Jetzt planen sie zur Venus zu fliegen. Natürlich auch die Ergebnisse von all diesen wissenschaftlichen Entwicklungen, die fließen ein, wiederum in das, was Israel auch braucht und kann. Und da sind zwei Länder, die mit großem technischen Know-how, da ist Israel natürlich noch mal einen Schritt weiter vorne, ist klar, aber vor allem auch mit der Finanzierung wahnsinnig viel machen können. Und das ist eben so, dass es eine ganze Reihe von Venture Capital-Kooperationen mittlerweile gibt zwischen Israel und den Emiraten, die vor allem Israel zugutekommen. Aber es gibt auch erste Venture Capital-Entwicklungen in den Emiraten. Einfach rein ganz, was ähnlich ist. Und was man im Moment sehen kann, ich habe das hier in Zahlen, dass im ersten Jahr, im ersten Jahr des Abkommens, also sprich von etwa Herbst 2020 bis Herbst 2021, man sehen kann, dass Israel bislang von diesem Vertrag, von diesen Verträgen am meisten profitiert hat. Ich gebe mal ein Beispiel zwischen den Emiraten und Israel. Israel hat durch dieses Abkommen eine zusätzliche Wirtschaftsaktivität von 46 Milliarden Dollar gewonnen. Das bedeutete ein zusätzliches Wachstum des Bruttosozialproduktes um 2,3 Prozent. Bei den Emiraten waren es gegenüber den 46 Milliarden der Israelis nur 17 Milliarden und gegenüber dem 2,3 Prozent Wachstum ein Wachstum von 0,8 Prozent. Auch interessant ist die Veränderung in der Arbeitslosenrate. Da ist die Arbeitslosenrate durch das Abkommen, die Abraham-Abkommen in Israel um von 3,8 Prozent auf 3,4 Prozent gesunken und bei den Emiraten von 2,4 auf 2,2. Im Sudan interessant ist die Arbeitslosenrate nur um 0,1 Prozent bislang zurückzugegangen, von 16,6 auf 16,5. Jobs wurden in diesem ersten Jahr neue auch kreiert. In Israel wurden 19.100 neue Jobs kreiert, in den Vereinigten Arabischen Emiraten 11.100, in Bahrain 1.700, in Marokko 16.500 und im Sudan 16.400. Und das bedeutet, das ist ja nur das allererste Jahr gewesen, man darf auch nicht vergessen, das war das erste Jahr mit Corona. Also die Zahlen zeigen, wo der Trend hingeht. Und es gibt eine ganz interessante Studie der Rand Corporation, die sagt, wenn insgesamt zehn Länder diesem Abraham-Abkommen beitreten und Saudi-Arabien ist ein Kandidat, Saudi-Arabien ist ja ein stiller Abnicker dieses Abkommens, denn ohne das Jahr der Saudis hätten die Emirate, aber vor allem auch Bahrain das nicht tun können, sagen, wenn das tatsächlich der Fall wäre, dass insgesamt zehn muslimische Nationen dem beitreten und die Möglichkeit ist durchaus gegeben, dann würde man in einer Dekade insgesamt vier Millionen neue Jobs und eine Wirtschaftsaktivität von über einer Trilliarde Dollar kreieren können. Das heißt, es ist ein Abkommen, das zunächst einmal enorme wirtschaftliches Potenzial hat, aber was wir natürlich jetzt auch im letzten Jahr sehen konnten, es gibt immer mehr auch militärische Zusammenarbeit und auch mittlerweile Verteidigungsabkommen. Israel hat zum ersten Mal in seiner Geschichte Verteidigungsabkommen mit arabischen, mit muslimischen Staaten, inklusive Marokko, was wahnsinnig wichtig ist, vor allem auch im Falle eines Krieges mit dem Iran. Das heißt, Israel hatte dadurch einen Zugang bekommen zur arabischen Halbinsel und auch damit möglicherweise für seine Flugzeuge, für seine Kampfjets, möglicherweise auch Landebasen. Und zwar nicht nur über Aserbaidschan, sondern möglicherweise auch über die Emirate und was man nicht vergessen darf, letztendlich auch Überflugsrechte über Saudi-Arabien. Das ist ja eine der ganz großen Besonderheiten jetzt auch dieses zivilen Flugverkehrs, was du vorhin gesagt hast, des zivilen Flugverkehrs, dass israelische Flugzeuge die Genehmigung bekommen haben, über Saudi-Arabien zu fliegen. Das ist nicht nur eine Frage von Sicherheit, also keine Sicherheitsfrage allein, sondern es hat eine große religiöse Bedeutung. Ich meine, Mekka, Medina, die zwei wichtigsten heiligen Städten der Muslime liegen in Saudi-Arabien und über dieses Gebiet, da dürfen jetzt jüdische, israelische Flugzeuge fliegen. Das ist besonders. Das hatte übrigens auch den Vorteil insgesamt für den zivilen Luftverkehr, weil jetzt Israel beispielsweise nach Asien über Saudi fliegen kann, verspart sich viele Umwege, gilt aber auch beispielsweise für die Indian Airlines und lauter so andere, die jetzt alle diesen Weg wählen können, wenn sie dann nach Tel Aviv oder sonst wo hinwollen, dass sie diese Abkürzung über Saudi und Israel nehmen können. Also da bewegen wir uns in einem Bereich von einer gewissen Normalität und was wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, vor allem durch die neue Regierung Bennett, ist das zweierlei, dass diese Beziehungen, die jetzt geknüpft wurden, zustande gekommen durch Donald Trump und Benjamin Netanyahu, es sind die Urheber dieses Abkommens, das muss man ihnen lassen, das haben sie geschafft, dass diese Beziehungen auch halten, wenn die Regierung in Israel wechselt, dass also die Beziehungen nicht zwischen Regierungen ist, sondern tatsächlich zwischen Staaten, dass diese Staaten nicht interessiert werden, Jerusalem das Sagen hat, sondern mit dem geht man um. Und was man auch gesehen hat, und das ist auch sehr besonders, dass die persönlichen Beziehungen zwischen Bennett und Außenminister Jair Lapid mit einigen ihrer arabischen Kollegen und Partner wirklich mittlerweile so herzlich geworden sind, dass das, wie wir immer wissen, auch in der Politik von ganz besonderer Bedeutung ist, wenn man sich dann also auch noch zwischenmenschlich einfach mag und miteinander gut umgehen kann, ist das natürlich für die staatlichen Beziehungen natürlich ein riesiger Vorteil. Ja. Du hattest vorhin mehrere Statistiken erwähnt in Bezug auf Wirtschaft und Jobs. Mich würde nochmal interessieren, ob es eigentlich Statistiken gibt, wie viele Leute, normale Leute aus Israel, beispielsweise nach Marokko oder in die UAE nach den Abkommen gekommen sind, und auch umgekehrt, weil die Abkommen haben ja auch einfach das Potenzial zu massiven kulturellen Austausch zu führen. Du hast BDS genannt, das ist ja die Negation von BDS, ist ja im Prinzip diese Abkommen. Und zweite, daran angeschlossene Frage, vielleicht jetzt mal auf Marokko speziell gemünzt, wäre ja auch die Frage, wie diese Länder dann mit dem eigenen jüdischen Erbe, der eigenen jüdischen Geschichte umgehen, wenn eben mit Israel immer mehr in Kontakt getreten wird und immer mehr es sichtbar wird, dass man miteinander umgeht, miteinander kooperiert und miteinander auch Geschäfte macht. Also auch das ist ein Novum. Es gibt ja schon seit vielen Jahrzehnten den Frieden zwischen Jordanien und Israel und Ägypten und Israel. Das sind sogenannte kalte Friedensabkommen. Das heißt, da arbeiten die Staaten zwar zusammen und auch die Regierungen können miteinander, aber die Völker jeweils, also die arabischen Völker jeweils, wollen nichts mit den Israelis zu tun haben. Es gab nach dem Frieden mit Ägypten eine ganze Weile ein Tourismus von Israelis hinüber nach Ägypten. Und damit meine ich nicht nur auf die Sinai-Halbinsel, da so am Roten Meer, sondern richtig nach Kairo und weiter. Das nahm dann mit der Zeit wieder ab, auch die täglichen Flügel, weil es dann Terrorbedrohungen gab. Also das nahm alles ab. Es flogen früher auch nicht in derselben Anzahl Ägypter immer wieder mal nach Israel, bis dann irgendwie von irgendein Imam gesagt wurde, das sei also irgendwie Verrat am Glauben. Und dann konnte natürlich wieder niemals nach Israel fliegen. Dann wurde das halt wieder so stillgelegt. Es gibt jetzt gerade eine Wiederaufnahme seit, ich glaube, zwei Wochen von täglichen Flügen zwischen Tel Aviv und Sharm el-Sheikh. Das ist jetzt wieder eingeführt worden. Also auch da bewegt sich was. Aber was wir sehen mit den Ländern, die in dem Abkommen sind, aus dem Sudan, auch wegen der innenpolitischen Situation, ist es ein warmer Frieden. Es ist ein warmer Frieden in der Form, dass allein im ersten Jahr etwa 50.000 Israelis nach Dubai geflogen sind. Weniger Araber kommen nach Israel. Aber sie kommen. Man sieht das hier auch. Sie werden auch sehr willkommen geheißen. Man sieht das plötzlich auch an der Art und Weise, wie sie ihre Galabiers und ihre Kephiers tragen. So tragen Palästinenser das nicht. Also man erkennt auch sofort, das sind Araber aus den Golfstaaten. Die sind ganz herzlich willkommen. Nach Dubai sind aber sehr viele, zum Beispiel misrachische Juden geflogen, Juden aus arabischen Ländern, die fließend arabisch können und dann sich dort gleich zu Hause fühlen. In den Hotels war man dann teilweise nicht so beglückt, weil die von den Handtüchern, also alles, was nicht mit und abgefasst war, einfach gleich mit eingepackt haben und wieder mitgenommen haben nach Tel Aviv. Dann sahen die Zimmer dann entsprechend aus, bis dass man die Wasserhähne abgeschraubt hat und auch mitgenommen hat, weil man die so schick fand. Also da war man über diese Touristen nicht so glücklich. Was Marokko betrifft, gab es schon lange einen Tourismus, einen israelischen Tourismus, weil eben Marokko gegenüber seiner jüdischen Gemeinde immer sehr offen, sehr herzlich war. Und das beste Beispiel ist André Azulay, ein sehr, sehr bekannter jüdischer Marokkaner, auch Berater des Königs ist und die Tochter von André Azulay, Audrey Azulay, ist die heutige Präsidentin der UNESCO. Da gab es also nie diese Probleme. Und was man jetzt eben sieht, dass diese kleinen Gemeinden in Bachrhein vor allem jetzt auch wieder wachsen. Da gibt es auch Geschichten. Es gab jetzt eine Geschichte und es gab vor kurzem in Bachrhein die erste jüdische Hochzeitsfeier nach, ich glaube, ich weiß nicht, 50 Jahren oder 60 Jahren, ich weiß es nicht genau, die wurde groß gefeiert. Und es gibt jetzt auch natürlich Chabad, diese orthodoxe Bewegung, die dahin geht. Es gehen viele amerikanische Juden dahin, die jetzt gerade im Business da auch irgendwie mit einsteigen und dann mit den Gemeinden sofort assoziiert sind. Also auch da beginnt etwas, was einfach wirklich schön zu sehen ist, nämlich eine gewisse Normalität und Selbstverständlichkeit jüdischen Lebens in arabischen Ländern ohne Angst und durchaus mit Sympathie auch als Folge dieses Abkommens. Ja, vielen Dank, dass du diese ganzen Eigendynamiken auch nochmal so plastisch geschildert hast. Ich würde jetzt gerne zum zweiten Themenstrang gehen, zum Iran. Du hattest ja eingangs auch erwähnt, dass eben die gemeinsame Opposition gegenüber dem Iran, das gemeinsame Sich-Wappnen gegen mögliche Konfrontationen einfach ein zentraler Anreiz waren. Kannst du nochmal sagen, was ist der Stand der Dinge gerade in Bezug auf das iranische Atomprogramm und in Bezug auf die Aushandlung eines neuen Iran-Abkommens? Sofern ich das weiß, weil natürlich bei den ganzen Verhandlungen man doch relativ wenig genau weiß, was der Stand der Dinge ist. Vielleicht das Wichtigste vorneweg, nach Angaben der Verhandler gab es eigentlich nur noch zwei Hindernisse, um das Abkommen zu unterschreiben. Eines ist angeblich aus dem Weg geräumt und das andere war die Forderung der Iraner, den iranischen Revolutionsgarten von der Terrorliste der Amerikaner zu streichen. Und die Amerikaner waren zunächst dazu bereit, hieß es. Was mich nicht wundern würde, weil der Sonderbeauftragte für das ganze Iran-Thema, Rob Maley, der schon unter Barack Obama mitverantwortlich war für das Ergebnis von JCPOA, der ist extrem pro-iranisch, dessen ganze politische Ideologie ist, die sunnitischen Staaten, die alle so unsichere Kantonisten sind, irgendwie Adapter zu legen und den Iran quasi zum neuen Partner der Amerikaner zu machen, in völliger Verkennung, in völliger Verkennung der Realitäten vor Ort. Der hat jetzt wieder das Sagen und ist da den Iranern ganz offensichtlich in vielen Dingen sehr weit entgegengekommen. Die Israelis haben das schon sehr früh und die arabischen Partner auch in Washington, CETA und Mordio geschrien. Und als das jetzt bekannt wurde durch einen Scoop des israelischen Journalisten Barak Ravid, dass die Amerikaner offensichtlich die Revolutionsgarten von der Terrorliste streichen wollen, hat die Regierung in Jerusalem einfach wirklich ganz massiv angefangen, Lobbyarbeit zu machen dagegen. Und jetzt hat vor etwa vor einer knappen Woche Joe Biden auch gesagt, man wird sie nicht von der Terrorliste streichen. Und nun scheint im Augenblick das Ganze zu stocken und es geht nicht weiter. Unter anderem aber auch, da sind wir schon beim Ukraine-Krieg, weil die Russen darauf bestanden haben, dass im Falle eines Abkommens, wenn das Abkommen unterschrieben wird, die Handelsbeziehungen, die dann Russland mit Iran hat, nicht unter die aktuellen Sanktionen fallen. Und da ziehen die Amerikaner im Moment auch nicht mit. Also stockt das aus zwei Gründen. Einerseits, weil die Iraner diese Geschichte mit den Revolutionsgarten zur Voraussetzung machte und andererseits, weil weil eben die Russen da im Moment auch nicht bekommen, was sie wollen. Das ist so ein bisschen der Stand der Dinge. Und das andere Problem ist halt, was die Israelis jetzt auch und andere, auch die Amerikaner, einige, die sich damit beschäftigen, sagen, ist ganz offensichtlich, die Iraner mittlerweile genug atomwaffenfähiges Uran bereits in ihrem Besitz haben, so dass sie in kürzester Zeit dann eben wahrscheinlich eine Bombe basteln könnten. Und all diesen Dingen würde der neue Vertrag, so wie er angeblich geplant ist, würde nicht gerecht werden. Du hattest kurz die Lobbyarbeit Jerusalems geschildert, als es darum ging, die Revolutionsgarten wieder in den Blick zu nehmen. Könntest du noch mal ein bisschen allgemeiner skizzieren, wie in Israel auf ein neues Abkommen mit dem Iran geblickt wird, in der Knesset, wie da die Diskussionen laufen, dass wir da so ein bisschen so einen Einblick bekommen, wie die politische Stimmungslage ist und auch gerade, wie man ja auf die USA schaut und auch auf Europa. Also Europa spielt gar keine Rolle. Fangen wir mal mit dem leichtesten an. Die Europäer sind völlig außen vor. Die interessieren nicht. Und im Gegenteil, die Israelis und nicht nur die Israelis schauen sehr genau zu, wie sich die Europäer jetzt gerade im Ukrainenkrieg verhalten oder auch nicht verhalten. Und da ist völlig klar, im Zweifelsfall kann man auf die Europäer nicht bauen und nicht damit rechnen, dass die in irgendeiner Form zur Hilfe kommen. Es geht dann, wenn überhaupt, geht es nur um die USA. Aber was die USA betrifft, ich habe ja schon gesagt, die haben ja schon vor langer Zeit, vor etwa 20 Jahren, angefangen, langsam aus dem Nahen Osten zurückzuziehen. Aus dieser Entwicklung heraus kam ja die Annäherungsbewegung all der Staaten, die sich gleichermaßen vom Iran bedroht fühlen. Die Israelis brauchen strategische Räume, um gegen den Iran im Falle eines Krieges vorgehen zu können. Ich kann mich noch erinnern, als ich hier noch Korrespondent war für die ARD und es ja mehrmals, 2012 vor allem, so aussah, dass es tatsächlich zu einem Angriff der Israelis gegen Atomanlagen der Iraner kommen könnte. Da haben wir so Wege nachgezeichnet, wie es überhaupt möglich wäre, dass die israelische Air Force bis dahin kommt, weil man damals zum Beispiel noch nicht genug Flugzeuge hatte, wo man in der Luft die Maschinen wieder auftanken konnte. Und dann gab es so einige Überlegungen, wie das hätte ausschauen können, möglicherweise auch mit einem stillschweigenden Okay der Saudis, die damals nichts gesagt hätten, wenn die Israelis drüber geflogen wären, aber das wäre alles stillschweigend, dann funktionieren, gelaufen und so weiter und so weiter. Jetzt hat man natürlich ganz andere strategische Räume, was ich vorher schon sagte, möglicherweise sogar Landebasen im Falle eines Krieges mit den entsprechenden Möglichkeiten, Klammer auf, die aber sehr bedroht sind, weil das haben wir ja schon bei einigen Cruise Missiles-Angriffen der Iraner gesehen, gegen Ölfelder der Saudis, die sind sehr präzise und können sehr genau treffen, also auch das ist nicht ganz ohne Risiko. Das heißt, dass man in Israel vor allem mit zwei Problemen sich konfrontiert sieht. Das eine Problem ist tatsächlich das nukleare Problem Iran. Da wird man sich wohl immer mit den Amerikanern absprechen müssen, aber, und das ist auch sehr interessant, der amerikanische Botschafter in Jerusalem, beziehungsweise Tom Nights, hat vor zwei Wochen, als es noch so aussah, dass das Abkommen jetzt ganz schnell unterschrieben wird, gesagt, natürlich haben die Israelis immer das Recht, mit oder ohne Abkommen alleine für die Sicherheit ihres Landes zu sorgen, wie sie wollen, und wenn sie meinen, sie müssen Iran angreifen, dann werden sie das tun, weil sie haben natürlich die Souveränität, was ihre Sicherheit betrifft. Also da ist das schon sozusagen mit impliziert gewesen. Das andere, aber viel größere Problem, was Israel hat, wie auch die arabischen Staaten, aber jetzt insbesondere Israel, ist natürlich die Hezbollah im Norden und Hamas in den islamischen Dschihad im Süden. Wir haben mit der Hezbollah eine Organisation, die über circa 140.000 bis 150.000 Raketen verfügt, die jeden Ort in Israel erreichen können, die daran arbeiten, diese Waffen, diese Raketen zu Präzisionsraketen zu machen, das heißt, dass sie zielgenau sind, mit GPS ausgerüstet. Die Israelis versuchen, das zu unterbinden, wo sie nur können. 100 Prozent geht nicht. Wir haben jetzt gesehen, dass mittlerweile die Hezbollah nicht nur über Drohnen verfügt und mehrfach schon versucht, bei Drohnen Angriffe gegen Israel oder zumindest Aufklärungsflüge zu fliegen. Einmal ist eine Drohne abgeschossen worden, ein zweites Mal hat sie es in den Libanon zurückgeschafft, den Israelis ist es nicht gelungen, sie abzufangen. Und wir haben jetzt auch schon gesehen bei einigen Angriffen und Flügen der Israelis über Libanon und Syrien, dass es von der Hezbollah Luftabwehrraketen gegeben hat gegen die Flugzeuge, was natürlich auch ein bisschen die strategische Situation für die Air Force da verändern könnte. Wir haben auch gesehen, das haben die Israelis vor kurzem veröffentlicht, dass es mehrere Drohnenangriffe von Seiten des Iran gab, die die Israelis mit den Stealth-Bombern, mit den M-35-Bombern rechtzeitig abgefangen haben, offensichtlich noch ziemlich weit weg von Israel. Aber da sehen wir natürlich, wo auch die Iraner so hinzielen und mit ihrem Raketenprogramm, das sie immer weiter ausbauen, sind sie jetzt schon in der Lage, Israel zu treffen. Das heißt, dass Israel in die Situation kommt, selbst in einem konventionellen Krieg immer gefährdeter zu sein. Schon vor einigen Jahren haben israelische Militärs gesagt, naja, wenn es zu einem Krieg mit der Hezbollah kommt, da müssen wir davon ausgehen, dass täglich etwa 400, 500 Raketen nicht abgefangen werden können und in Israel einschlagen werden. Und dann ist die Frage, wo, also alleine der psychologische Schrecken, was das dann bedeutet, wenn Tel Aviv bombardiert wird, und zwar dann nicht nur wie im Irak-Krieg damals 1991, sondern wirklich so, dass bestimmte Ziele, sagen wir mal das Asieli-Center oder andere tatsächlich getroffen werden, aber mehr noch ist dann vor allem auch die Gefahr, dass man strategische Punkte treffen kann. Also man stelle sich nur mal vor, dass es der Hezbollah-Gelänge den einen internationalen Flughafen und die zwei Meereshäfen zu treffen, dann ist Israel von der Außenwelt abgeschnitten. wenn es der Hezbollah gelänge, Militärflughäfen von denen aus die F-15 und F-16 Staaten die Landepisten zu bombardieren und so weiter und so weiter. Diese Gefahr ist bei so einem Krieg extrem hoch und bedeutet natürlich umgekehrt, in der umgekehrten Konsequenz, dass die Israelis, wenn es zu einem solchen Krieg käme, mit einer unglaublichen Heftigkeit und Brutalität im Libanon gegen die Raketen und gegen die Hezbollah vorgehen muss. Was das dann bedeutet in der Zahl der zivilen Opfer im Libanon kann man sich nur ausmalen. Und es gab vor einigen Jahren noch unter Netanjahu eine offizielle Veränderung der Döktrin, übrigens auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz, als er so ein Stück von einer Drohne, einer iranischen Drohne dabei hatte und es dann so ganz sozusagen PR-mäßig, schauspielermäßig da so hinhielt, um das zu zeigen. Und da sagte Netanjahu etwas, was viele Strategen schon lange gefordert haben, er sagte, wenn ihr uns das nächste Mal angreift, greifen wir euer Territorium an. Denn was die Iraner ja bislang immer sehr, sehr erfolgreich gemacht haben, darum haben sie ihre Stellvertreter, sie lassen die Stellvertreter die Kriege führen, die Israelis bombardieren dann Länder, wo diese Stellvertreter sind, aber der Iran ist immer heil geblieben, da ist nie was passiert. Und die Israelis haben den Spieß umgedreht und gesagt, wenn ihr unser Territorium angreift, greifen wir euer Territorium an. Das heißt, ihr kommt nicht mehr ungeschoren davon. Das heißt, es kann dann sein, wenn ihr unsere Städte angreift, dass wir auch eure Städte angreifen, damit es euch anfängt, wehzutun, damit ihr euch zweimal überlegt, ob ihr diese Risiken eingehen wollt. Und das alles im Vorfeld gesagt, kann man sich vorstellen, was da droht, wenn es zu einem solchen Krieg käme. Und da wird es dann ganz interessant sein, weil dann hätten die Israelis jetzt gerade auch durch die Militärabkommen mit Ländern wie Marokko, mit Bahrain, mit den Emiraten, dann tatsächlich zum ersten Mal arabische Verbündete. Kommt noch etwas dazu, was das noch einmal verstärkt. Bislang waren die Israelis als verbündete Amerikaner im sogenannten European Command der Amerikaner integriert. Das heißt, beispielsweise die israelische Air Force hat mit europäischen Air Forces und der US Air Force gemeinsame Übungen gemacht. Sie sind vor anderthalb Jahren in den Central Command übergeführt worden und der Central Command ist die arabische Welt. Das heißt, da üben die USA gemeinsam mit ihren arabischen Partnern Krieg, Luftwaffe und sonstiges und da sind die Israelis auch dabei. Und wir haben das schon gesehen, Trainingsflüge und solche Special Operations, die man dann, spezielle Trainingszeiten, wo man dann zwei Wochen sich trifft und dann bestimmte Techniken und Taktiken fliegt und dann fliegen plötzlich die jordanische Air Force und die Emirate und die Israelis und die fliegen alle gemeinsam und das heißt natürlich auch Austausch von Know-how, nicht nur von Hardware und Software, sondern wirklich auch von Taktiken etc. Und da sieht man tatsächlich eine ganz, ganz große Veränderung im Nahen Osten vor dem Hintergrund dieser Bedrohung durch den Iran. Über einen Player haben wir ja bisher kaum gesprochen, der aber in der ganzen Gemeinnelage auch eine massive Rolle spielt, Russland. Übergang jetzt zu dem letzten Themenkomplex, bevor wir vielleicht so in zehn Minuten in etwa die Diskussion für das Publikum öffnen werden. Abschlag mit Russland, um in Syrien agieren zu können, sind ja ein wichtiger Faktor in der Ukraine-Politik Israels. Könntest du kurz skizzieren, was ist die Position oder was sind die Position nennen innerhalb der Regierung, der israelischen Regierung zum russischen Angriffskrieg und wie wird das auch in der Knesset und in den Medien begleitet? Das ist ja nicht unumstritten, sondern man merkte schon, dass es durchaus eine gewisse Polarisierung gibt oder zumindest eine Kontroverse. Also zunächst einmal hat die israelische Regierung unter Bennett sich erst mal so positioniert, dass Bennett plötzlich zu einem Mediator wurde im internationalen Rahmen. Er flog ausgerechnet an dem Schabbat, er ist ja Kippa-Träger, also er ist ein orthodoxer, ein frommer Jude, ist er ausgerechnet am Schabbat nach Moskau geflogen, um mit Putin zu reden. Man darf am Schabbat die Gebote brechen, wenn es darum geht, Leben zu retten, das heißt die Kuach-Nefesh und das hat er auch als Argument angegeben. Und dass Israel in diese Position gerückt ist, verdankt das Land sozusagen dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der Israel aufgefordert hat, als Mediator zu fungieren. Der Wunsch von Selenskyj war sogar, dass die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland in Jerusalem stattfinden sollten. Dazu kam es bislang nicht, aber tatsächlich hat Bennett diese Mediatorenrolle angenommen und hat in der Folge dieser Mediatorenrolle zwei Dinge nicht getan, die man im Westen von ihm erwartet hat. Nämlich erstens einmal den Ukrainern Waffen zu schicken und zweitens den Angriffskrieg der Russen zu verurteilen. Das hat er nicht gemacht, weil das Wichtigste für Israel die Open-Sky-Politik ist. Israel kann in Syrien gegen iranische Stellungen und gegen Proxys des Iran nur vorgehen, weil es einen Deal gibt, den auch Putin mit Netanjahu gemacht hat, wo die beiden Luftwaffen und die beiden Armeen miteinander per rotem Telefon sozusagen verbunden sind, um miteinander zu koordinieren, dass bei solchen Angriffen der Israelis es nicht zu ungewollten Kollisionen zwischen den beiden Armeen oder Air Forces kommt. Und die Russen haben die Israelis immer gewähren lassen. Das war auch gerade gestern, habe ich darüber geschrieben im Spiegel, in einem Artikel, nicht, weil man die Israelis so mochte, sondern weil man zwar gemeinsam mit dem Iran auf der Seite von Bashar al-Assad, von dem Präsidenten Syriens, gekämpft hat, aber natürlich wollten die Russen nicht, dass die Iraner zu mächtig werden. Insofern waren die ganz froh, dass die Israelis da immer rumbombardierten, um es jetzt mal salopp zu sagen. Und diese Open-Sky-Politik ist für Israel existenziell sehr notwendig und auch es aus den USA von Joe Biden der Druck plötzlich kam, dass die Israelis jetzt endlich mal verurteilen müssen und entsprechend agieren müssten, haben sich die Israelis dem entzogen. Es kam dann der Moment, wo die Amerikaner das nicht nur akzeptiert, sondern auch respektiert haben, weil sie die Situation verstanden haben, aber auch, weil in den ersten Wochen des Krieges Bennett plötzlich eine ganz wichtige Informationsfigur für das Weiße Haus wurde, wenn es darum ging, ungefähr einzuschätzen, was ist eigentlich mit dem Putin los? Wo steht der? Wie ist der drauf? Es gab ja dann nur noch drei Leute, die mit Putin regelmäßig telefonierten. Das eine war Macron, das andere war Erdogan, auf den sich die Amerikaner nun gar nicht verlassen wollten und das dritte war tatsächlich Bennett, der als einziger von den dreien nicht nur mit Putin telefonierte, sondern auch hingeflogen ist immer wieder und immer wieder und sich auch mit ihm getroffen hatte. So, bereits zu Beginn des Krieges gab es so ein bisschen die Good-Cop und Bad-Cop-Aufteilung zwischen Außenminister Jahe Lapid und Bennett. Lapid hat sich öfters sehr kritisch über den Krieg geäußert, vorsichtig, aber doch. Bennett hat gar nichts gesagt. Und nun kam es in der vergangenen Woche zu einer Veränderung der israelischen Strategie. Die Israelis haben mit abgestimmt für einen Antrag, die Russen aus dem UN-Menschenrechtsrat rauszuwerfen und Peter zum ersten Mal sehr deutlich über die schreckliche Invasion, die unrechtmäßige Invasion und das Abschlachten von Zivilisten geredet und das scharf verurteilt. Daraufhin haben die Russen sofort den israelischen Botschafter einbestellt mit einer entsprechenden Note. Daraufhin hat Putin auch gleich mit Präsident Abbas gesprochen und die Israelis verteilt Brutalität in diesen letzten Tagen auf dem Tempelberg und dass die Israelis mit ihrer Haltung nur ablenken wollen von einem der ältesten ungelösten Konflikte dieser Welt, nämlich den palästinensisch-israelischen und auch in einem Fernsehinterview mit dem israelischen Fernsehen hat der russische Botschafter sich geäußert und gesagt nein, nein, wir sind noch Freunde, aber so geht's nicht, und man erwarte eigentlich eine ausgewogenere Haltung. Also da könnte sich politisch etwas anbahnen, wo viele Israelis Angst haben, dass möglicherweise Putin Nein sagen wird und den Israelis nicht mehr die Möglichkeit geben wird, so frei über den Himmel von Syrien zu agieren wie Bislav. Allerdings, das ist auch eine extreme Veränderung, Putin hat bereits aus Syrien Truppen abgezogen, um sie in der Ukraine einzusetzen, er hat auch diese ganz berüchtigte Wagner-Gruppe abgezogen aus Syrien, er hat auch einen Teil der Hezbollah rübergeholt, ich weiß nicht wie viele Kämpfer, es sollen nicht wahnsinnig viele sein, aber es ist symbolisch auch ganz interessant und in diese Positionen in Syrien bringen jetzt gerade iranische Truppen und iranische Gefehlshaber, was den Israelis natürlich auch erst einmal Kopfzerbrechen bereitet, denn das ist jetzt nicht unmittelbar eine größere militärische Gefahr, aber es zeigt, dass der Einfluss des Iran in Syrien wächst, die Iraner versuchen natürlich jetzt diese Absenz der Russen für sich auszunutzen, um endlich sich da wieder breit zu machen, so wie sie das eigentlich wollen, mindestens politisch und je länger der Krieg in der Ukraine dauert, desto mehr wird natürlich der Iran die Möglichkeit haben, sich da breit zu machen, desto mehr aber auch im Umkehrschluss könnte es sein, dass die Israelis ihre Offen-Sky-Politik weiter bekommen, denn Putin könnte dann eventuell sich denken, naja, ich lasse die Israelis weiter agieren, weil ich will trotzdem nicht, dass die Iraner, wenn ich jetzt sozusagen weg bin, in Anführungszeichen, sich da zu weit aus dem Fenster lehnen können. Vielen Dank für die ausführlichen Analysen. Nisa, gibt es ja einfach einen extrem großen Anteil an irgendwie russischstämmigen Leuten, die im Zuge der Auflösung der Sowjetunion rübergekommen sind. Wie ist denn da so das Stimmungsbild, was den Krieg betrifft und auch was die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine betrifft, da gab es ja auch mehrere Diskussionen und es gibt ja auch super viele Leute, die eben das Recht haben, über den normalen Weg einzureisen, weil sie eben über einen jüdischen Background verfügen. Könntest du da nochmal kurz abschließend, bevor wir dann die Diskussion zur Flüchtlinge öffnen, da nochmal schildern, wie da die Stimmungslage ist und wie sich das darstellt für die russischsprachigen oder russischstämmigen Israelis? Also in den 90er Jahren mit Glasnost und Perestroika durch Korbatschow kamen ja ungefähr eine Million sowjetische Juden nach Israel. Ich sage jetzt bewusst sowjetische Juden, Juden aus den sogenannten GUS-Staaten, wie das dann damals in der post-sowjetischen Zeit hieß, also Menschen aus Moldau, Menschen aus Russland, Menschen aus der Ukraine und wir reden heute überwiegend von einer zweiten und einer dritten Generation, die schon sich als Israelis verstehen, teilweise schon im Land geboren oder im Land groß geworden sind, kleine Kinder waren, als sie in die auf Israel kamen und in den Anfangswochen, da war ich selber noch bei einigen pro-ukrainischen Anti-Putin-Demonstrationen hier dabei, sah man russischstämmige und ukrainischstämmige Israelis gemeinsam gegen Putin und für die Ukraine demonstrieren. Welche Größenordnung hatten solche Demonstrationen? Damals bei der ersten Demonstration, die ungefähr eine Woche oder zehn Tage nach Kriegsbeginn war, etwa 17.000 allein in Tel Aviv. Es gibt kleine Gruppen, die pro-Putin demonstrieren, aber da reden wir wirklich von ein paar hundert, also irgendwie, das gibt es halt überall, aber es sind wirklich kleine Gruppen und die Einwanderungswelle, die man gehofft, querstrich gefürchtet hatte, ist ausgeblieben. Zahlentechnisch muss man wissen, dass etwa 43.000 Menschen in der Ukraine halachische, also nach dem Religionsgesetz Juden sind und einreisen können, ohne irgendwelche Probleme und Staatsbürger werden können und etwa 200.000 nach dem Rückkehrgesetz, dem sogenannten Rückkehrgesetz, in Israel einreisen können und ein Anrichter auf die Staatsbürgerschaft haben, ohne vielleicht de facto Juden zu sein, nach dem Religionsgesetz, denn das Rückkehrgesetz ist ja adaptiert worden nach den Nürnberger Rassegesetzen der Nazis, weil der Gedanke damals war, wir können nicht Menschen, die als Juden in den Konzentrationslagern waren, aber trotzdem nach dem Religionsgesetz keine Juden sind, denen können wir ja noch nicht die Einwanderung in das Land Israel verbieten, nach dem, was die hinter sich hatten und somit ist das Rückkehrgesetz zum Beispiel gilt auch für Menschen wie Max Czolek, der einen väterlichen Großvater hat, der Jude war und der natürlich halachisch überhaupt nicht jüdisch ist, aber weil er einen jüdischen Großelternteil hat, könnte auch ein Max Czolek hier in Israel sofort Staatsbürger werden und davon von solchen Menschen, die dann vielleicht nicht halachisch jüdisch sind, gibt es etwa 200.000. Es gab viel Aufregung um die Aufnahme von nichtjüdischen Flüchtlingen, da gab es am Anfang wirklich einen Skandal, weil es hieß, es dürfen nur ein paar Tausend kommen und die müssten jeweils 3.000 Dollar hinterlegen als Garantie dafür, dass sie in einem Jahr wieder gehen. Da gab es dann innerhalb der israelischen Regierung selbst einen massiven Aufschrei, als das Innenministerium das erst mal so haben wollte, die Innenministerin, dann wurde das sehr schnell wieder fallen gelassen, dann wurde gesagt, sie kommen dürfen, da gab es auch einen Riesenaufschrei, dass das ja gar nicht gehe und dann hieß es, okay, 25.000 und 20.000 sind schon im Land, sprich, es waren zum Zeitpunkt des Krieges etwa 20.000 Ukrainer im Land, die zu Besuch waren bei Familien, Freunden, Bekannten und die dann nicht mehr zurückgeflogen sind und zu diesen 20.000, die schon da waren, hat man gesagt, man nimmt nochmal 5.000 mit auf, das ist eine sehr kleine Zahl, aber angesichts des kleinen Landes und vor allem der Erwartung, dass man möglicherweise 243.000 Menschen aufnehmen muss, die nach dem Rückkehrgesetz ein Anrecht haben, in das Land zu kommen, hat dann Israel gesagt, wir können nicht alles aufnehmen, wir sind nicht so groß. Was interessant ist, was sehr interessant ist, ist, dass mittlerweile, wenn ich jetzt die Zahl richtig im Kopf habe, etwa 17.000 Menschen aus Russland gekommen sind, Dissidenten, die alle ein Anrecht auf Rückkehr, sozusagen auch nach dem Rückkehrgesetz ein Anrecht haben, darauf hier zu sein, sehr viele russische Dissidenten, die mit der Regierung Putin nichts mehr zu tun haben wollen, aber auch einfach wissen, dass sie dort in Gefahr wären, die jetzt nach Israel gekommen sind, und dann haben wir natürlich noch das Thema mit den Oligarchen, von denen viele entweder die israelische Staatsbürgerschaft haben oder Juden sind und damit die Staatsbürgerschaft bekommen könnten, und da die Israelis sich ja auch nicht an den Sanktionen gegen Russland beteiligt haben, natürlich hoffen jetzt irgendwie hier ihr Geld parken zu können, was aber nicht ganz so einfach ist, wie das im ersten Moment klingt, weil das israelische Geldwäschegesetz ist wahnsinnig scharf und die Banken bereits bei Summen von über 10.000 Euro oder Dollar schon anfangen sehr genau nachzuschauen, was da eigentlich los ist. Ich habe vor zwei Tagen von meinem israelischen Bankkonto Geld überweisen wollen an meinen Arzt und da poppte plötzlich sowas auf, auf Hebräisch, wo ich hingewiesen wurde, aufgrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und aufgrund der Geldwäsche und der illegalen Geschichten und so könne es sein, dass man manche Überweisungen nicht machen könne und dann verschwand das, beziehungsweise ich klickte dann auf weg und dann habe ich die Überweisung gemacht von irgendwie 400 Euro und das war dann kein Problem, aber das fand ich dann auch so interessant, dass was sich jetzt im Zuge dieses Krieges hier diesbezüglich auch in Bezug auf Geldwäsche und diese Gefahren tut. Ja, vielen Dank dir für den letzten Themenstrang. Ich würde jetzt die Diskussion öffnen. Es sind schon ein paar Fragen eingetudelt über den Chat. Ich würde die erst mal chronologisch abarbeiten, weil so viele verschiedene andere Sachen noch reingeschrieben worden sind, dass ich da einfach nicht den Überblick habe beim Hin- und Herr-Scrollen. Die erste inhaltliche Frage kam von Hermann Kuhn. Hermann, wenn du möchtest, könntest du natürlich auch jetzt noch mal mündlich stellen. Gebt mir gerne ein Zeichen. Ja, kann ich gerne machen. Das ist die Frage zu dem Abraham-Abkommen. Ich habe gerade heute gelesen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate die geplante Teilnahme an den Unabhängigkeitsfeiern Israels abgesagt haben, wegen der Unruhe und den in ihren Augen nicht unnötig starken Eingriffe der Polizei auf den Tempelberg. Also meine Frage ist, spielt die palästinensische Frage wirklich gar keine Rolle mehr? Stehen auch diese Regierungen nicht unter dem Druck ihrer Bevölkerung oder geht es da nur um Religion? Da spielen zwei Sachen eine kleine Rolle. Also es wird durch sowas das Abkommen überhaupt nicht gefährdet. Das eine ist sozusagen man you pay lip service, also man äußert sich sozusagen da kritisch vielleicht ein bisschen lauter, als man das sonst tun würde oder gar nicht tun würde, weil es ist Ramadan und man will sozusagen die Gefühlslage der Religiösen im eigenen Land da so ein bisschen beschwichtigen und dann wird dann halt sowas gesagt und gemacht, aber sowohl auch Jordanien hat sich dementsprechend geäußert, aber israelische Diplomaten haben schon erzählt, da wird nach außen das eine gesagt und nach innen im direkten Gespräch mit den israelischen Botschaftern was ganz anderes, also das ist Kosmetik. Gut, es gab noch eine weitere Frage von wie du Wittekind, wenn du möchtest, kannst du auch die Frage mündlich stellen, ich kann sie gerne vorlesen, gib einfach ein Zeichen. Ja, ich hätte noch mal gefragt nach der Open-Sky-Problematik, Sie haben das ja eben einigermaßen sauber schon erläutert, aber ich habe doch meine Zweifel, dass Putin in seiner Irrationalität den Israelis möglicherweise doch verbietet oder Maßnahmen ergreift, nicht mehr über Syrien zu fliegen oder den Syrern erlaubt, die russischen Luftabwehrraketen zu benutzen. Ist denn in irgendeiner Form die IDF darauf vorbereitet? Was glauben Sie, kann das noch zu einer Eskalation führen? Also zunächst einmal würde ich Ihnen widersprechen und anders als das viele glauben, halte ich Putin für überhaupt nicht irrational. Putin ist nicht irrational. Putin ist in seinem Denken und in seiner Strategie seit 20 Jahren sehr konsistent. Wir müssen nur alle zugeben, wir haben ihm nicht zugehört oder wollten ihm nicht zuhören, aber im Grunde genommen hat er schon vor 20 Jahren bei einer Rede im Bundestag genau gesagt, was er will. Das verfolgt er. Ob wir das für richtig oder falsch halten, ist ein ganz anderes Thema, aber innerhalb seiner Gedankenwelt ist er nicht irrational. Das mal das eine. Das zweite ist, es gab jetzt schon gerade vor ein paar Tagen, am Donnerstag haben die Israelis wieder ein paar Ziele angegriffen in Syrien und da hat dann ein russischer Admiral, der in Syrien stationiert ist, ein russischer Admiral, gesagt, dass die Syrer mit einer russisch fabrizierten Abwehrrakete eine Rakete der Israelis abgefangen haben. Also das war auch so ein Signal an die Israelis, also wir können das alles machen. Die Israelis wissen, und dazu muss man jetzt erst einmal vom Militärischen her reden. Militärisch können, also wenn es jetzt wirklich zu einer Konfrontation käme, was politisch eine Katastrophe wäre, aber wenn es einer Konfrontation zwischen der israelischen und der russischen Armee und ich betone die russische Armee in Syrien käme, dann hätte diese russische Armee gegen die Israelis keine großen Chance. Dazu ist das, was sie dort an Gerätschaft haben, entscheidend genug. Die Israelis können ohne große Probleme, wenn sie müssten, das alles ausschalten und sie können natürlich, selbst wenn jetzt die Open-Sky-Politik sich ändern würde, wenn es geschlossen würde und wenn tatsächlich dann also die S-300 Abwehrraketen oder gar S-400 Abwehrraketen dann also alle eingesetzt würden, könnten die Israelis rein technisch und mit ihren Möglichkeiten damit umgehen. Es wird ihnen das Leben schwerer machen, aber nicht unmöglich. Das heißt, die Folgen einer solchen veränderten Politik wären natürlich zwar auch sicherheitstechnisch ein Problem, aber vor allem werden sie politisch ein riesiges Problem, weil bei allen technologischen Möglichkeiten, die Israel hat, sich mit den Russen anzulegen, ist nicht wirklich schlau. Gleichzeitig und das darf man auch nicht vergessen, das ist sozusagen die umgekehrte Seite, Putin weiß, dass der einzige Player, der ihm das Leben in Syrien schwer machen kann, die israelische Armee ist. Das heißt, dass Putin mit Netanjau diesen Deal machte, umgekehrt muss man sagen, eigentlich Netanjau mit Putin, da war das nicht nur so, dass Putin den Israelis einen Gefallen tat, sondern die Israelis taten auch ihm einen Gefallen, indem sie sagten, wir mischen uns nicht ein, wir lassen dich da machen, was du willst, weil er genau wusste, die Israelis können sagen, wir wollen euch da nicht haben, das verhindern wir. Und das haben die Israelis nicht gemacht. Also, wenn sich die Politik Putins gegenüber Israel verändern würde, wird das in erster Linie ein politisches Problem, in zweiter Linie ein militärisches, weil klar, es würde dann schwieriger werden anzugreifen, man kann angreifen, dann würde man jedes Mal einen politischen Eklat haben und bei diesen ganzen Auseinandersetzungen hätte die Iran größere Chancen, sich schneller breit zu machen, als bislang in Zürich. Vielen Dank, wir haben jetzt fast eine Punktlandung nach einer Stunde, ich würde sagen, wer jetzt noch eine Frage stellen möchte, ist Last Chance to Dance sozusagen, ich meine, Israel ist ja noch eine Stunde später, deswegen Ja, bei uns geht der Abend ja jetzt los. Genau, dann hast du noch ein bisschen Auslauf sozusagen. Gut, es scheinen keine weiteren Fragen zu geben, ach, da kam noch jetzt was, eine Wortmeldung von Hermann Kuhn, Hermann, bitte nochmal. Ich würde gerne eine abschließende zusammenfassende Frage stellen, was denken Sie durch die Entwicklung der letzten ein, zwei Jahre, die Sie jetzt nochmal so detailliert geschildert haben, hat sich die Lage für Israel verbessert, verschlechtert oder ist sie nur anders, aber genauso schwierig wie immer? Da muss ich rückfragen, welche Lage? Naja, die ist aber ganz allgemein die Sicherheitslage, die Fähigkeit sich in der, das Land zu verteidigen und vielleicht auch noch dabei wirtschaftlich keinen Schaden jedenfalls zu nehmen. Ich muss die Frage in zwei Teilen versuchen zu beantworten. Das eine ist, selbst die Hamas in Gaza mit ihren Raketen kann Israel wirtschaftlichen Schaden zufügen, weil es gar nicht darum geht, dass diese Raketen besonders diese sind oder großen Schaden anrichten können, was sie bislang nicht konnten, weil das israelische Raketenabwehrsystem da sehr, sehr gut funktioniert hat, auch im letzten Krieg. Aber wenn die Hamas weiter so aufrüstet, wie sie das in den letzten Jahren getan hat, ich rede jetzt bewusst erst mal über die Hamas und nicht über die Hezbollah, die über ganz andere Raketen verfügt, dann kann sie natürlich mit wochenlangen Raketen salven das Land und das Funktionieren des Landes und den Alltag des Landes schon ziemlich lahmlegen. Das hätte natürlich wirtschaftliche Folgen für Israel. Eine der größten wirtschaftlichen Probleme für Israel ist, dass jede einzelne Iron-Dome Rakete, die eine Kassam, die man relativ billig bauen kann, die zwar in ihrer Wirkung immer besser und in ihrer Länge bis wohin sie reichen können, die reichen ja mittlerweile bis Tel Aviv und darüber hinaus, also auch immer gefährlicher werden, sind nicht nur Kassams, sind auch Fajros und andere Raketen M75, die sind relativ billig in der Herstellung und jede Abwehrrakete kostet ungefähr 50.000 Dollar. Eines der vielen Gründe, warum die Israelis jetzt auch auf dieses Laserabwehrsystem setzen, und da ist jetzt gerade ja auch in diesen Tagen verkündet worden, dass die sehr, sehr erfolgreich getestet wurde, ist, dass das natürlich sehr viel billiger wird, wenn man endlich mit Laser alles abschießen kann, als mit diesem System. Da kann man natürlich Israel wirtschaftlich schon sehr wie tun. Was die Hezbollah betrifft, das habe ich eingangs ja mal versucht zu erklären, also wenn die mit ihren Raketen loslegen, wird das sehr unschön, aber insgesamt ist Israel gerade auch durch die Beziehungen mit Bahrain und den Emiraten ein strategisch sehr wichtiger Schritt gelungen, weil Israel in seinem Einflussbereich, in seiner Sphäre immer stärker, immer wichtiger wird, sowohl wirtschaftlich wie geostrategisch. Die Türkei versucht sich gerade Israel anzunähern und auch den Emiraten, weil die Türkei begreift, hier wächst ein Powerhouse heran, wo man lieber mitmachen will, als dass man sich da außen vorhält. Sollte die Türkei sich dem anschließen tatsächlich, dann wäre das strategisch für Israel natürlich besser denn je. Das heißt, auf der einen Seite wächst die politische und wirtschaftliche und auch strategische Macht Israels auf der anderen Seite bleibt natürlich immer diese Gefahr, dass man den Alltag durch immer längere Kriege selbst mit Raketen, die nicht so bedrohlich sind, sehr unterbinden kann, also den Alltag unterbinden kann und das ist natürlich dann immer auch ein finanzieller Schaden. Okay, gut, dann verbleibe ich nochmal mit herzlichen Dank an Richard Schneider für den informativen Vortrag und das nette und angenehme und spannende Gespräch. Danke auch für die Einreichung aus dem Publikum. Ich möchte nochmal auf die nächste Veranstaltung der DEG Bremen hinweisen, die zwar in Bremen stattfindet, aber auch auf unserem YouTube-Kanal gestreamt wird. Und das wird den Todesmärschen aus Bremen im April 1945 ein Vortrag von Markus Mayer vom Denkort Bunker Valentin. Das kann live gestreamt werden oder auch im Nachhinein angeschaut werden. Genauso wie die heutige Veranstaltung, die wird zwei Wochen ab Veröffentlichung zu sehen sein auf unserem YouTube-Channel. Ich denke, das wird ungefähr eine Woche dauern, nur zur Info. Gut, dann vielen Dank nochmal an alle und einen schönen Abend. Danke auch und schönen Abend an alle. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.